Ja, Servus, Yomai, und hier ich bin's wieder, euer Shizofrezzo, der Nils. Yo! Und wir wollen wieder eine neue Folge. Angry Birds, Star Wars machen. Ja, ich leg einfach mal los. Kann du bis Palau hier weiter enthalten. Einfach mal Level 15. Oh, da schießt wieder einer. Uuu, das ist immer mies. Das ist auch immer schwierig. Oh, jetzt haben wir wieder einen alten Fernzünder, oder was ist das? Interessant. Schauen wir doch einfach mal. So, mal. Yo, yo. Da bleibt er jetzt hängen. Ist aber echt witzig gemacht zu spielen, muss ich sagen. Einfach aber witzig. Oh. Jetzt wird's schwierig. Drei Stück jetzt noch. Ah, gut, noch zwei. Aber der da oben, der wird's schwierig. Der unten geht vielleicht noch. Ich wollte ja versuch's einfach mal, ihn von da oben zu treffen. Oh, ob das klappt. Oh, ne. Ah, nein, schade. Oh, dann muss ich's nochmal wiederholen. Man sieht, vielleicht klappt's ja jetzt. Oh, no, schade. Ah, nein. Das ist doch nicht so leicht das Leben, sieht ich gerade. Jawoll, und? Was passiert jetzt? Oh, was rollt der hier? Na toll. Wie soll ich den denn kaputt kriegen, bitte schön? Scheiße. Ah, war schon mal nochmal. jawohl schieß den schön ab das war doch schön einfach mal mit den schön abschießen und wie soll ich die jetzt treffen der ist doch da voll geschützt ich warte einmal kurz ab passiert da noch irgendwas wie soll ich die jetzt treffen jawohl genau so da hab ich ja mal ein lichtblitz gehabt ja lichtblitz so nennt man es doch nicht blitzgedanken nicht lichtgedanken nein lichtblitz nennen man es 46.300 level cleared und bis zu einem weiteren let's play dann sage ich mal tschüssikowski und miau